Von Sochi nach Berlin, Holiday & Ice, ist das ein Erfolg für euch? Ja klar, wir treten immer sehr gerne vor heimischem Publikum auf und dann für Holiday & Ice ist es natürlich ein großes Highlight für uns. Ja, wir sind sehr stolz für diese Einladung und in Berlin, eigentlich kommen wir beide aus Berlin und es ist wirklich ein Traum für uns hier dabei zu sein. Ich schwenke mal runter, die Schlittschuhe, wie wichtig sind die denn für euch? Ja, elementar, also die sind ja auf dem Fuß angefertigt und wir arbeiten damit jeden Tag und deswegen sind die wirklich sehr wichtig für uns und quasi unersetzbar. Wenn man die einmal eingelaufen hat, dann sind sie wichtig. Ja, natürlich, die sitzen schon ein bisschen alter aus, die sind nur acht Monate alt, aber trotzdem, wir nutzen diese Schlittschuhe jeden Tag mindestens sechs Stunden pro Tag. So, man merkt, dass diese Schlittschuhe sind das einzige Gebäude für unseren Fuß. Ja, so ist ganz wichtig, immer unsere Ausrüstung gut zu putzen und ja, weil die sind unersetzbar. So, dann viel Erfolg bei Holiday und Eis. Dankeschön. 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 Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017